Unsere Welt wird immer digitaler, gerade wenn es um den sicheren Zugang zu sensiblen Services geht. Eine ideale Lösung bietet die Deutsche Post mit Postident durch Auto-ID. Als Kundin bzw. Kunde können Sie wählen, wie Sie sich identifizieren möchten. Zum Beispiel persönlich in der Filiale vor Ort oder komfortabel durch Auto-ID über das Smartphone. Auto-ID bedeutet für Sie absolut sichere und datenschutzkonforme Identifikation und das in nur drei Schritten. Unser Verfahren führt Sie automatisiert durch die Prüfungen. Bitte machen Sie zunächst eine Aufnahme der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises. Drehen und kippen Sie nun Ihren Ausweis vor der Kamera Ihres Smartphones. Abschließend erstellen Sie ein Selfie-Video nach den Anweisungen der App, die Ihnen genau mitteilt, was zu tun ist. Unsere Software prüft automatisch die erfassten Daten, Sicherheitsmerkmale und die Echtheit Ihrer Aufnahmen. Alles okay. Die Daten werden nun in Sekundenschnelle verschlüsselt an den Auftraggeber übermittelt. So einfach und komfortabel ist Postident durch Auto-ID. Automatisiert. Schnell. Sicher.